An einem Gringengebiet, ich will das ja, als Gring-Kollegen, als Gring-Kollegen mit der Kursin, da tut russisch echter zu betoniert, geht an einem Gring-Kollegen, ohne darüber lange diskutieren, da Prozedur gegangen. Wenn ein Bauer hier im Land, will den Stall abrufen, dann lassen sie zwei Jahre an der Prozedur, dann kriegt er 100 Konditionen für geschrieben, wir können nicht bis abrufen. Das sind die Betriebe, die wir hier im Land tun. Die kriegen keine Konditionen, aber zöne Steuern. An anderen, die keine Steuern kriegen, die kriegen, dort, du sagst, schon am 4. Oh, die hätten sie mal längst am Morgen gemäht, die kriegen die Schäden, ich sag mal, das ist kein Problem, der kriegt doch die Durchschrägte. Ist ja nicht normal, oder war mir das normal, an irgendeinem Rechtsstaat?